Paris ist natürlich prädestiniert für einen möglichen Anschlag. Aus politischen Gründen. Aber darauf will ich nicht genauer eingehen. Schließlich bin ich Sportler. Aber ja, ein bisschen Angst ist schon dabei. Wir hoffen, dass nichts passieren wird. Aber es ist natürlich auch nicht einfach, jede einzelne Person zu kontrollieren. Und es muss ja auch nicht unbedingt etwas in einem Stadion geschehen. Es kann überall passieren. Überall und in jeder Stadt. Vielen Dank.